gewonnen von Jetzt kommt erst noch mal Werbung von unseren Werbeträgern. Hey Kinders! Willkommen zum Video der Gewinnerbekanntgabe vom letzten Giveaway. Die Waffen, um die es sich handelt, sind dabei die StatTrak AK-47 Elite Build, die StatTrak UMP-45 Corporal und noch ein paar andere. Ich fange direkt hier bei der, ich sag jetzt mal, kleinsten Waffe an. Ja, wortwörtlich der Crimson Web R8 Revolver. Dieser wurde gewonnen von, und jetzt passt Obacht, Uuuuh! Achso, ich hab's nicht auf dem Zettel stehen, warte kurz. Yonix CSGO! Hast's gut gemacht, B-Black. Viel Spaß damit! Dann hätten wir hier noch die P90 Elite Build. Diese Waffe wurde gewonnen von The... Ziemlich langer Name. The Dummy-Yo, ehemaliger Black Book. Mr. Black Book, immer geht's! Viel Spaß mit deiner P90! Übrigens an alle Gewinner, Leute, wenn ihr jetzt hier dann was gewonnen habt, ja? Einfach hier unten in die Kommentare schreiben, Oh, ich hab gewonnen! Ich hab mir alle eure Kanäle aufgeschrieben mit den Links. Jetzt kann jetzt niemand kommen, der den gleichen Kanalnamen hat und sagen, Oh, ich hab gewonnen oder so einen Scheiß. Dann haben wir hier die MP7 Armor Core in Factory New. Guckt euch das Teil an, Alter. Wie gegossen, oder? Es ist wie ganz frisch gegossen. Diese Waffe hat gewonnen. Ich guck immer auf den Scheiß-Zettel. Rolando Bloom. Rolando Bloom! Ich hoffe, du kannst mit dieser Waffe einiges anfangen. Die ist immerhin Factory New. Also die ist frisch vom Band gefallen. Dann hab ich für euch hier noch die StatTrak UMP45 Corporal, ja? Mit 36 Kills drauf. Ihr wisst, was das heißt. Diese wunderbare Waffe wurde gewonnen von... Nefas L. Der Name ist echt emiziös. Nefas L. Viel Spaß mit deiner Waffe. Schön hier unten drunter schreiben, dass du gewonnen hast, ne? Und dann haben wir hier unser Glanzstück. Die StatTrak AK47 Elite Build. Ein richtig schickes Teil mit 444.444 Kills drauf. Jetzt sind sogar noch mehr geworden. Unglaublich! Diese Waffe wurde, das ist übrigens die letzte Waffe hier, gewonnen von... Jetzt kommt erst noch mal Werbung von unseren Werbeträgern. Ne, Quatsch! Baba! Xxrpio! S-X-R-P-I-O! Xxrpio! Xxrpio! S-X-R-P-I-O! Du hast die AK47 Elite Build gewonnen. Oh mein Gott, viel Spaß damit. Schön hier unten drunter schreiben, dass ihr gewonnen habt, ne? Und dann bekommt ihr die Waffe zugeschickt. Wer drunter schreibt, dass er gewonnen hätte, obwohl er nicht gewonnen hat, der bekommt Darmkrebs. Ist nun eine angenehme Sache, würde ich mir nicht wünschen. Also von daher, macht's gut! Ja, bis zum nächsten Mal! Schönen Daumen nach oben geben! Und die Tage kommt dann auch schon das nächste Giveaway. Hoppala, ich schmeiß ja gerade meinen Scheiß rum. Ich hab hier noch so eine Sonnenbrille, passt mal aufwacht. Alle Hoppkiner, gell? Ich muss noch ein Flugzeug fliegen. Bis dann! Tschau! 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 Tschau!